Hallo und herzlich willkommen zu meinem Black Ops 2 Let's Play. Das werde ich jetzt let's playen und zwar ganz alleine. Oh nein! Das Spiel ist ein bisschen Vergessenheit geraten in unserem Channel. Und naja, wie man sehen kann, ja, hab das nicht wirklich lange gezockt. Hab da eigentlich im Prinzip immer nur Private Matches gemacht. Matches. Und hier Klasseneditor hab ich auch noch nichts gemacht. Aber das kommt alles mit der Zeit. Ich würde sagen, wir machen eine Standard-Team-Deathmatch-Runde mit irgendwelchen Vollidioten. Mal schauen, wer hier alles unterwegs ist. Nuketown, oh mein Gott, das fängt schon mal geil an. Schalldämpfer verhindern, dass sie beim Feuern auf der feindlichen Minikarte erscheinen. Worte auf Spielstatus. Gut. Naja, das Ding ist halt bei Nuketown, man findet sich so schnell und das eskaliert hier alles einfach. Deswegen nehme ich dir die MP7, die Nukwaffe. Oh scheiße. Dann hauft mal rein, es geht los. Nein, einer. Komm. Komm, den Killen machen. Da ist noch einer. Bist'n du? Autsch, scheiße, das hab ich nicht gesehen. Naja, die Runde fängt hier schon mal ziemlich scheiße an. Hm. Hier wurde schon mal jemand wegge... Weggeschossen. Mach hier erstmal Double Kill. Richtig geil. So, hinter mir ist einer. Oh. Wo sind denn die? Und es leckt. Wie, scheiße. Oder? Das hat unserem Ruf geschadet. Oh, Niederlage. Punkte Limit erreicht. Verdammte Scheiße. Wo ist mein Ping? Ich hab ein 41er Ping. Na gut. Ist ganz okay, aber... Es könnte besser sein eigentlich. In Battlefield hab ich normalerweise ja immer ein 9er Ping. was ich nicht verstehen kann. Wieso nur in diesem Spiel hier ein 9er Ping ist... Oh, toll. Fortsetzen. Interessiert mich nicht. Hm, was gibt's hier? Abstimmung untersagt. Okay. Äh, Meltdown. Team Deathmatch. Gute Sache. Werde ich zustimmen. Die meisten stimmen hier auch zu. Verbleibende Zeit 26 Sekunden. Dann werden wir das alles... ein bisschen, ähm... ausnutzen. Hm. Ich würd sagen, ich werde... die nächste Runde mit der Emta rumlaufen. Muss mal schauen. Oh, ich hab hier schon ein paar Skins reingesogen. Die Five Steffen ist auch dabei. Äh, Leichtgewicht, Zähigkeit. Ähm, ja. Alles so wie beim alten. Spielstart in 0 Sekunden. Jetzt fängt's an. Jetzt geht's los. Ich würd sagen, in jedem Let's Play mach ich mindestens 3 Runden. Meltdown. Belutschistan, Klippen, Pakistan, Alter, Belutschistan, Alter, was ist denn das? Durch den Aufsatz, schnelles Magazin, steigt ihr Nachladetempo. Ihr Nachladetempo. Bitte, Kevin, lies richtig. Ich hab gesagt, Emta. Emta werde ich nutzen. Wenn ich hier wie ein Epileptiker rumlaufe, dann liegt es nur daran, dass ich hier ein bisschen... Ach, ist das ein Gegnerisch? Oh, shit. Den bin ich jetzt einfach nachgelaufen. Gut. Ich, ich, ich seh's schon. Ihr mich alle wegflamet bis zum bitteren Ende. Der legt sich einfach mal hin und ich treff ihn nicht. Gute Sache. Hinter mir war einer, der schlitzt. Ah, ja. Gut, dass ich hinter ihm gespawnt wurde. Jetzt weiß ich... ...so ein bisschen... ...wo genau die sind. Ah, Mann, Alter. Okay, ich muss mich... ...ich muss mich ein bisschen eintrainieren. Einüben sind ja schließlich jetzt erst die ersten zwei Runden, die ich heute gespielt habe. Also von daher... ...macht nichts. Gut, da ist einer. Es ist's. Krieg ich den noch gemessert? Naja, natürlich nicht. Gott, Alter, was denkst du denn? Geh ich mal hier rein in diese Camper-Position? Vielleicht ist da schon einer. Ja, da ist schon einer. Macht für mich keinen Sinn, also. Würde mal sagen, dann werde ich mich verpissen. Allein schon aus dem Grund, weil... ...da unten am Eis. Gibt's hier noch einen? Boah, Alter, ich hab' ich irgendwie... ...Lacks. Richtig krasse Lacks. Die sind echt mies. Heia Bina, Heia Bina! Heia Bina, Baby! Oh Gott. 0 zu 5. Feindliche Drohne nähert sich. Okay, okay, da hat einer geschossen. Ich hab' das genau gesehen. Oh, das könnten vielleicht Schüssel ganz hinten... ...von ganz hinten sein oder so, die zufällig durch die Mauern gerafen. Wo ist'n' der? Wo ist'n' der? Da, oh mein Gott. Wir haben ja auch volles Scheiß-Team. Also, wenn man mich noch einzählt. Der eine, der hat einen Zwanghörer gefunden. Gott, Digga. Wir haben verloren. Eindeutig. Wenn wir das schaffen. Vor allem, wie ich die alle runterziehe, ne? Richtig mies. Warte mal. Da war doch einer. Ja, endlich! Wow! Oh mein Gott, ich bin auf Drohnen. Oh, jetzt ein Zickzacklaufen. Die bringen ich nicht, die bringen ich nicht. Wo ist er? Oh, fuck! Schlitzi wieder! Oh, der hat mir gerade richtig hart gegeben, Alter. Oh, Alter. Ich wusste ja gar nicht, dass die Runde hier so schlecht anbringt. What the fuck? Na gut. Ich werd' mich mal mit der Pfeife steffen. Aus. Oh, Gott, nein, ich krieg' ihn nicht! Oh, ich krieg' ihn doch, Alter. What the fuck, Alter. So schlimm. Oh. Mann, Mann, Alter. Okay, mit der Pfeife steffen werde ich nie wieder rumhantieren. Mal so gesagt, ich glaub' die M-Tar werd' ich auch nie wieder benutzen. Die Runde hat mir die Waffe echt versaut. Oh, fuck. 2 zu 12. Fehlen mir nur noch 11 Kills, um positiv zu werden, ja? Verbündete Drohne nähert sich. Ja. Geil. Komm, ihr Schwein. Ach, da ist einer. Da ist einer, sagst du. Da ist er. Ja, Alter. Wie hab' ich das geschafft? Wie hab' ich das nur geschafft? Okay. Ich hatte richtig viel Glück. Nur muss ich sagen, bin ich wieder tot. Oh, Mann, Alter. Das gleicht sich immer so aus, ne? Hauptsache, ich bleib' negativ. Was kommentieren, äh, macht die Sache auch ein bisschen schwieriger, deswegen. Wie gesagt, ich bin nicht der schlechteste Spieler. Na gut, ich bin der schlechteste Spieler hier in dieser Runde, aber. Jo. Mir ist es egal. Und, da ist einer, vielleicht? Willst du rauskommen? Mail. Okay. Wechseln. Guck mal, die ist eigentlich auch ziemlich geil. Komm, die teste ich jetzt mal. Ich glaub, die bringt mir ein bisschen mehr Glück. Ja. Boah, die Reaktionszeit ist so krass, Alter. Wird grad sehen können. Mega. Wie, was? Wie bitte? Hab' dich nicht verstanden. Ja. Du Assi-Kind. Ach, mein Gott. Was? Hinter mir. Heuer binner, heuer binner. Oh, mein Gott, Alter. Ich muss doch nicht reagieren. Niederlage, mal wieder. Toll. Super. Bin ich das gewesen? Nee. Nee, bin ich nicht. Okay, Leute. Was zur Hölle ist das? Das ist doch keine KD mehr. Gott, hier levelt man einfach. Ja, ja. Also, die wechsle ich jetzt mal. Ist die Typ... Ist die Typ 25 eigentlich besser? Ja, freischalten und ausrüsten. Mal schauen, wie die so ist. Nee. Werfer. Oh, mein Gott. Auf keinen Fall mit nem Werfer. Das wär' das Peinlichste, was man machen könnte. Carrier oder Meltdown? Ich würd' für Carrier abstimmen. Meltdown haben wir ja grad gespielt und da hab' ich ja richtig versagt. Mindestens eine Runde müssen wir jetzt mal gewinnen für den Anfang. Damit ich nicht so abartig verkacke. Aber, Leute. Ich denke mir schon, dass ich irgendwie die Sache retten kann. Also, mein Let's Play. Also, wenn ich jetzt so scheiße spiele, dann tut es mir furchtbar leid. Ihr könnt mir auch ein paar Tipps geben. Am besten schreibt ihr einfach in den Kommentaren, ey, 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 du bist so kacke. Du bist so scheiße, Mann. Geh, sterben. Okay, jetzt testen wir mal die Waffe hier. Die ist ziemlich präzise. Muss man dazu sagen. Okay. Teil weiter, teil weiter. Und es tut. Und ich häng' fest. Lance Corporal. Heile Sache. Und ich bin tot. Gut, dass ich kein normales Deathmatch spiele hier, ne? Sonst wär ich im Sekundentakt gestorben. Und das wollen wir doch nicht. Das wär ja langweilig. Das ist fucked. Alter, WTF. Der macht einfach mal ein Double Kill, ne? Richtig krass. Richtig kranke Sau. Ja, komm, fick dich. Ja, wenigstens einen hab ich genommen. Noch mindestens einen hab ich jetzt noch mit in den Tod gerissen. Musste einfach sein. Okay, okay, okay. Der kommt jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt der nicht. Deswegen ist es mir scheiße klar. Da ist einer. Komm, komm, komm. Fick ihn, fick ihn, fick ihn. Es ist. Wo sind die asozialen Schweine? Oh, da ist einer, da ist einer. Oh Gott, Alter. Ich werd selbst im Team Deathmatch im Sekundentakt sterben. Komm schon. Komm schon, ihr abgefuckten Kinder, Alter. Jetzt werd ich euch alle mal zeigen, wie man richtig zockt hier. Ja, missgebürtigen. Oh Gott, da ist ja einer. Okay. Was zur Hölle? Was macht meine Maus da? Boah, es blendet mich so ab, warte ich. Das ist unfassbar, Alter. Das ist ja unfassbar. Der ist Selbstmord. Na gut, das war jetzt im Prinzip Selbstmord. Oh Mann, warte mal. Komm, das, das muss man hier doch noch retten, ey. Was für eine Sau, Alter. Gib mir das mal so. Oh ja, guck mal. Boah, ich hab ihn so in der Luft noch so mitgenommen, na. Richtig nice. Ist da einer noch auf diesem Fliegerteil? Da ist einer. Komm, den hab ich. Den hab ich. Der hat mich. Der hat mich. Scheiße. 14. Wir sollten uns beeilen mit den Kills. Sonst werden wir alle sterben. Okay, komm. Da ist einer. Der beschützt hier schon die Sache. Der regelt die Sache hier schon. Warte mal, da ist einer. Den werde ich natürlich persönlich liebkosten. Oh ja. Ja, oh ja. Oh nein. Oh mein Gott, da hat mich einer geschickt. Leute, nehmt diese Aufnahme nicht ernst. Es ist eine Aufwärmungs... Es sind die drei Aufwärmungsrunden, die ich natürlich brauche, um überhaupt brauchbar in diesem Spiel zu sein. Also macht euch mal jetzt keinen Kopftrupp. Was zur Hölle? Was ist mit Gaggy los? Schreibt denn dieser Typ? Nein, grab it! Tja, die Granate hat mich erwischt. Und der hat mir einen Headshot verpasst. Eiskalt. Richtig mies. Boah. Ey, Chuck Norris hat die Plusreflexe, alter. Richtig mies. Oh. Double kill, double kill. Vielleicht reiß ich noch was. Vielleicht reiß ich noch. Oh Gott, ich reiß nichts mehr. Oh doch, ich bin Dritter. Ich bin Dritter, aber im Verlierer-Team. Ja. Was soll man machen? Schon wieder Niederlage. Komm, ich mach noch eine Runde und dann werde ich eine Pause einlegen. Ja, das wird ein Nachspiel haben. Schatz, schatz, runter! 10, 14. Was sagst du? Scheiße. Alter, das sieht ja mal richtig schwul aus. Schön. Ja. Gut. Jawohl. Na gut, jetzt sollte ich mal was machen. Oh ja. Jawohl. Kann man da noch was reißen? Nee. Vielleicht sollte ich mal mit Sniper und so spielen. Das wäre, das wäre eventuell was Lustiges. Sollte ich machen. Ich bin für Stand-Off. Wie so fast jeder hier eigentlich. Nicht wahr? Ja. Of course. Nee, weißt du was? Achso. Das Spiel startet in zwei Sekunden. Wie gesagt, jetzt mal mit Sniper. Die Sniper ist jetzt nicht die Beste, aber mal schauen, vielleicht reiße ich doch noch den einen oder den anderen Kill. Mal schauen, yo. Muss halt gucken, wo die Gegner sind, ne? Kann ziemlich schwierig sein, die jetzt zu finden. Ne, auch was. Da ist schon einer. Der kommt hier raus wahrscheinlich. Oder? Der kommt raus! Warum hab ich nur blind gescopet? Gescopet? Blind gescopet? Was laber ich? Okay, okay, da ist einer. Der kommt hier gleich. Der hat hier sein Revier markiert, kann man so sagen. Hm. Die Lage ist hier sicher? Nein, diese Lage ist nicht sicher. Gut. Gut, dann werde ich auch. Nee, mit Shotgun werde ich nicht schreien. Hm. Ist da oben einer? Ja, da oben ist einer Komm, komm Boah, Alter, bin ich schlecht Und ich bin tot Jetzt habe ich keine Sniper mehr, jetzt habe ich nur noch die Typ 25 Werfe Granate Werfe Granate Feindliche Drohne nähert sich Feindliche Drohne nähert sich Und sie wird euch alle Augen prägen Die Aufnahme werde ich wahrscheinlich eh nicht Hochladen, so schlecht wie ich bin Aber vielleicht doch Oh, krass Noch ein Abzeichen, weil ich so geil bin Oh, scheiße, Alter Höchstliche Konterdrohne in der Luft Radar offline Radar offline Da oben ist einer Von dem werde ich mich jetzt mal gleich kümmern Ach, das war, das war einer von uns Weiter ausgeschaltet Und jetzt schnell verpissen, verpissen, verpissen Oh, geil, ich habe nie erlebt Also dieser Typ Er denkt tatsächlich, er könnte mich Umbringen Feind ausgeschaltet Feind ausgeschaltet Bin leer geschossen Jetzt werde ich so langsam hochmäßig Na doch nicht Boah, Alter Ich musste mal meine HD-Plus-Reflexe hier zügeln Schieße hier sonst noch meine Meine Kompateres ab Was labere ich eigentlich? Manchmal labere ich so viel Müll Davon könnte man Ohrenkrebs bekommen Das ist ein Abschuss Geil Das ist ein Abschuss Achtung Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs Nee, Digga Sanktlos Von was wurde ich jetzt bitte schon Oh, Gott Feindliche Vorräte unterwegs Achtung Feindliche Drohne nähert sich Hm, da ist die Drohne Bleibe ich mal hier in der Tankstelle Die ist sehr sicher Beziehungsweise Hier in dem Lagerhaus könnte ich auch bleiben Boah Wird man erstmal eiskalt angeschossen Die ganze Zeit Bis zum Abwinken Boah Alter Schwede Wie ich gerade abgehe Noch nie ist einer so Abgegangen wie ich Boah Digga Okay 6-9 Komm Neh mich mal so hin Ist ganz okay Da war ja noch einer Vor kurzem Siehste Sag dich doch Boah Highlight Das Leben kann hart sein Digga Was will denn dieser Typ? Da oben ist einer Werde ich mich mal gleich drum kümmern Das ist so eine Sentry Hoora Hoh Hoh Gut Das war's mit der Aufnahme Viel Spaß beim Weiterschauen Auf ClubN7 Tschö Das ist zu leidisch, Mann, wenn man Eis ist.